Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück. Heute geht es natürlich um die Installation von Docker, wie ihr in der Überschrift seht, auch für Linux, beziehungsweise nur für Linux heute. Und ja, da muss man einiges beachten tatsächlich, weil Docker nicht in den offiziellen Paketquellen drin ist. Wir haben drei Versionen von Linux, die ich euch hier zeigen möchte. Einmal Ubuntu, einmal Debian und einmal haben wir Arch Linux. Mit Arch ist es am einfachsten, kann man tatsächlich so sagen. Ich spreche aus Erfahrung. Mit den anderen not so much, aber wir wollen es uns natürlich trotzdem angucken. So, unter Ubuntu und Debian haben wir natürlich AppGet als Befehls- beziehungsweise als Paketverwaltung und deswegen würde ich euch stark empfehlen, als allererstes mal Sudo AppGet Update auszuführen. Und wenn ihr lustig seid, auch noch ein Upgrade, denn das macht am allermeisten Sinn, weil ja, das updatet euer komplettes System erstmal, sodass alles da ist, was man braucht. Und alte Versionen, Bugfixes und so weiter, alles da. So, dann sind wir alle auf einem Stand und dann können wir tatsächlich hierher gehen und sagen, wir wollen installieren. So, wir installieren nicht direkt Docker, wie gesagt, es ist nicht in den offiziellen Paketquellen vorhanden, sondern wir installieren zunächst einmal AppTransport HTTPS. Damit können wir dann quasi über APT Sachen über HTTPS verschicken. Dann brauchen wir noch die Zertifikate, beziehungsweise, dass Zertifikate überhaupt über APT verwendet werden können oder generell verwendet werden können, brauchen wir CA Certificates. Dann brauchen wir Curl, warum, werden wir gleich sehen. Dann brauchen wir den GNU-PG-Agent. Wir sind jetzt gerade unter Ubuntu, unter Debian sieht das Ganze ein klein bisschen anders aus. Das hier wäre für Debian die Variante, ansonsten bleibt alles gleich. Aber wie gesagt, Ubuntu, GNU-PG-Agent. Und anschließend brauchen wir noch Software-Properties-Common. So, und ja, das sind erstmal die, oder das ist erstmal die Software, die ihr braucht, um überhaupt erstmal das Repository zu euren Repositories hinzuzufügen. Das heißt, dass ihr ein quasi fremdes Repo verwenden könnt. Und das ist jetzt schon relativ viel, möchte man denken. Aber eigentlich ist das nur zu eurer eigenen Sicherheit da, weil das Ganze eben ein nicht offiziell getestetes Paket ist. Warum machen wir es so umständlich? Wir hätten es doch auch einfacher machen können. Naja, ganz einfach. Wir wollen sicher gehen, dass wir auch den GPG-Schlüssel verwenden können von Docker. Denn Docker sollte definitiv nicht irgendwie, naja, von Hackern oder sowas infiltriert sein, beziehungsweise eure Installation sollte da möglichst clean sein, logischerweise. Deswegen curl-fs, großes S, großes L, https, doppelpunkt, slash, slash, download, punkt, docker, ups, docker, punkt, com, slash, linux, slash, ubuntu, beziehungsweise wenn ihr Debian habt, slash, Debian, ne. Aber, slash, ubuntu, slash, gpg. So, damit bekommen wir den Schlüssel, den GPG-Kryptographie-Schlüssel im Endeffekt, mit dem ihr überprüfen könnt, ob nachher eure Installation quasi richtig ist, beziehungsweise ob das Repository, das ihr einfügt, auch wirklich das offizielle Repository von den Docker-Herstellern ist. Gucken wir gleich, wie wir das machen. So, das müssen wir allerdings jetzt hinzufügen, das machen wir mit einer Pipe, sudo apt-key-add, Bindestrich. So, das sieht jetzt schon quasi aus wie Bash, es ist auch quasi Bash, ähm, sorry dafür, ihr müsst ein kleines bisschen damit hantieren, um Docker zu installieren. Es ist nicht ganz so einfach, das gebe ich zu, ähm, unter anderen Systemen ist es einfacher, aber, ja, ähm, ist nun mal so. Okay, was jetzt passiert ist, ihr fügt einen Schlüssel hinzu, und zwar zu euren, ähm, erlaubten Repositories. Dieser Schlüssel sollte aber eine ganz gewisse Form haben, und diese ganz gewisse Form, die will ich euch ganz kurz zeigen. Ihr überprüft die Form von eurem Schlüssel, indem ihr hier sudo apt-key wieder eingebt, und dann nach einem Fingerprint sucht, nach den letzten acht Zeichen im Endeffekt von diesem Fingerprint. 0, E, B, Ups, B, F, ähm, C, D, 8, 8. Das führt ihr aus, und dann sollte euch ein Public Key ins Auge springen. Und zwar sollte da ziemlich genau stehen, Moment, das kopiere ich kurz. Ja, manche fragen sich vielleicht jetzt gerade, warum ich diese ganzen Befehle hier nicht ausführe. Ähm, A, hätte ich sie natürlich schon ausgeführt, und B wäre das, okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich das dachte. Ähm, B, habe ich hier kein, ähm, kein Ubuntu und kein Debian, sondern ein Arch Linux, welches eine andere Paketverwaltung hat, nämlich Pac-Man, die wir uns gleich angucken werden. Aber im Endeffekt geht es jetzt hier darum, nach diesem Befehl sudo apt-key fingerprint bla bla bla, sollte euch dieser Fingerprint hier ins Auge springen. Also Pup RSA 4096, also ein RSA-Schlüssel mit der Länge 4096, erstellt am 22.02.2017, ähm, das ist schon ein bisschen alt, das heißt, der kann sich ändern. Wenn er sich ändert, dann update ich natürlich die Beschreibung des Videos, das heißt, bitte schreibt mir ganz kurz, wenn ihr hier einen Fehler kriegt, dann helfe ich euch, den Fehler zu lösen, beziehungsweise gucke, ob es an euch liegt, und update natürlich auch die Beschreibung. Also bitte, bitte kontaktiert mich da, ja, da bin ich auf euch angewiesen, weil ich nicht jeden Tag das nachgucken möchte. Okay, und dann sollte vor allem genau dieser Fingerprint hier dastehen. Das müsst ihr überprüfen, ob die wirklich genau so dastehen, ob das auch wirklich gleich ist. 9dc8, 5, 8, 2, 2, 9fc7, das ist hexadezimal, dd38, 8, 5, 4a, e2, d8, 8, d8, 1, 8, 0, 3, c, 0, e, b, f. Das sollte dastehen. Äh, und dann natürlich cd88 noch. Ähm, das sollte dastehen. Und, ähm, danach sollte auch dastehen, dass das Ganze von einem Docker-Release ist, docker at docker.com. Und ja, das ist so ziemlich das, was dastehen sollte. Ähm, und wenn das nicht dasteht, wie gesagt, kontaktiert mich bitte. Ansonsten könnt ihr weitermachen. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt müssen wir ein Repository hinzufügen. Und das kriegen wir hin, indem wir hier sagen, sudo apt, äh, apt, also hinzufügen, add, minus apt, minus repository. So, und jetzt müssen wir das Repository hier eingeben, das wir verwenden wollen. Das machen wir mit dap, dann, eckige Klammern, arch, für die Architektur eures Systems, AMD64. Das heißt, ihr habt ein 64-Bit-System, ähm, und das sollten die allerallermeisten von euch haben. Ansonsten wird auch Docker nicht richtig funktionieren. Aber, wie gesagt, heutzutage, alle PCs, die älter sind, als, sagen wir mal, 15 Jahre, haben vielleicht kein 64-Bit. Alles, was neu ist, sollte eigentlich 64-Bit haben. Gut, ähm, wir fügen hinzu, download.docker.com, slash linux, slash ubuntu, und logischerweise hier auch wieder Debian angeben. Aber dazu komme ich gleich nochmal ganz kurz, wenn wir Debian haben wollen. Ähm, so, und jetzt kommt ein kleines bisschen Bash, und zwar dollar, das ist quasi, hier wird eine Variable eingefügt, lsb-release, minus cs, Klammer zu, und dann noch stable hintendran, und das Anführungsstrichle zumachen. So, ähm, jetzt haben wir natürlich hier ein Problem, weil es bei mir nicht gefunden wird, weil ich Architektur habe und kein Ubuntu, aber hey, ähm, lsb-release gibt im Endeffekt aus, oder lsb-release-cs gibt eure Version aus von Ubuntu. Das heißt, hier steht dann zum Beispiel nicht genau das, was mit Dollar angegeben wurde, sondern es steht einfach Xenial da, wenn ihr Ubuntu 16 habt zum Beispiel, oder eben, ähm, Trusty war, glaube ich, 14, oder eben eure Ubuntu-Version eben. Ähm, die wird dann da eingefügt, und dadurch weiß euer Download sozusagen, welches, welche DAP-Datei ihr runterladen müsst und wollt. So, jetzt habt ihr das Repository hinzugefügt, und jetzt könnt ihr es tatsächlich endlich mal installieren. Das heißt, jetzt führen wir aus apt-get-update, dadurch werden unsere Paketquellen und auch dieses neu hinzugefügte Repository aktualisiert, und dann können wir es installieren, indem wir hier einfach eingeben, sudo apt-get-install, docker-community-edition, also CE. Das ist die Version, die wir hier verwenden werden, die auch völlig ausreichend ist für alles und die einzige kostenlose Version. Es gibt auch Bezahlversionen, Enterprise Edition heißt die, ähm, aber die kann nichts mehr, was wir hier in der Tutorial-Reihe machen wollen. Und ja, das Managen von den Docker-Containern, das kann man auch so ganz gut machen. Dazu wäre die, aber, ja, kann die noch ein bisschen mehr, aber es funktioniert auch so sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir docker-ce-cli. Das ist das Command-Line-Interface-cli. Das ist quasi dazu da, damit ihr, ähm, vernünftig mit den Containern interagieren könnt. Und dann brauchen wir noch Container, mit D hinten dran, .io. Das ist zur Container-Verwaltung da, ähm, im Endeffekt, ja, genau. So, wenn ihr das alles installiert habt, dann habt ihr offiziell Docker. Ähm, wie wir das überprüfen, ob die Installation erfolgreich ist, das schauen wir uns gleich noch an. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist das eure Installation. Wie gesagt, ihr müsst natürlich bestätigen, dass ihr es installieren wollt und dann auch die Installation durchführen. Das überspringe ich hier alles. Jetzt noch ganz kurz die Unterschiede zu Ubuntu und dann machen wir noch kurz, ähm, die Sache unter Arch Linux und dann haben wir es eigentlich. Unter Debian ganz kurz, ähm, haben wir hier oben natürlich den, ähm, nicht den Ubuntu-Schlüssel hier, sondern den Debian-Schlüssel hier. Ähm, den wir hier runterladen müssen. Das heißt, ihr gebt hier statt Ubuntu Debian ein, das sollte klar sein. Aber auch der Fingerprint ändert sich hier nicht. Das bleibt alles genau gleich. Also das Einzige, was ihr ändern müsst, ist hier Debian einzugeben und nicht Ubuntu. Alles gut. Genauso ist es hier unten. Das heißt, ihr gebt hier statt Ubuntu auch wieder Debian ein und habt dann auch die Variante für Debian. Und ansonsten bleibt alles exakt gleich. Da ändert sich rein gar nichts dran. Nur, dass ihr eben eine Debian-Version und keine Ubuntu-Version installiert habt. Perfekt. Also, das heißt nicht wirklich eine Änderung. So, ähm, jetzt ganz kurz noch zu Arch Linux, weil das einfach super interessant ist, wie einfach das da geht. Ja, was ihr bei Arch macht, ist im Endeffekt sudo pacman-s. Ihr könnt auch das machen, wenn ihr wollt. Ähm, und dann einfach Docker eingeben und schon seid ihr fertig. Das heißt, das ausführen, das kann ich jetzt auch tatsächlich mal durchlaufen lassen. Und wir sehen hier, okay, das dauert bei mir ein bisschen. Ähm, das habe ich mal abgebrochen, weil ich müsste ja sonst noch updaten. Ähm, was ich schon seit ein paar Tagen nicht gemacht habe und bei einem Rolling Release ein paar Tage einiges. Aber ja, das ist tatsächlich alles, was ihr unter Arch Linux machen müsst. Diesen einen Befehl ausführen. Im Endeffekt Docker installieren. Das ist das, was ihr braucht. Und ja, dann habt ihr Docker installiert. Jetzt müsst ihr Docker noch starten. Das heißt, ähm, ihr braucht noch Systemctl. 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 Das ist auf jedem System jetzt wiederum gleich. StartDocker. Das funktioniert hier auch. Und dann wird Docker quasi gestartet. Und wenn ihr es jedes Mal starten wollt, also automatisch starten wollt, wenn euer Rechner sich hochfährt, beziehungsweise euer System gestartet wird, dann gebt ihr hier EnableDocker ein. Das heißt, sudo systemctl enableDocker. Dann wird das Ganze aktiviert. Sozusagen jedes Mal, wenn euer Rechner hochfährt, wird Docker automatisch gestartet. Wenn ihr das plötzlich nicht mehr haben wollt, aus was für Gründen auch immer, zum Beispiel, wie ich gerade, weil ich es euch gezeigt habe, dann müsst ihr hier sudo systemctl disableDocker eingeben. Und dann wird Docker nicht mehr automatisch gestartet, jedes Mal, wenn euer Rechner hochfährt. Ich habe es ganz gerne auf meinem, also auf meinem normalen Rechner, auf dem ich entwickle, logischerweise nicht im Autostart drin, weil ich nicht jeden Tag Docker brauche. Wenn ich aber jeden Tag Docker brauchen würde, dann würde ich es natürlich enablen. Also das ist im Endeffekt so, dass die Variante, die ihr braucht. Auf einem Server macht es durchaus Sinn, Docker zu enablen, aber auf den Entwicklungssystemen vielleicht nicht unbedingt. Je nachdem, ob ihr es eben wirklich jedes Mal braucht, wenn ihr den Rechner hochfahrt. Gut, das war jetzt eine sehr, sehr längliche Installationsanleitung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr konntet damit einigermaßen umgehen. Wenn ihr Probleme habt, bitte, bitte meldet euch bei mir und schreibt mir. Ich helfe euch da jederzeit natürlich raus, einfach eine Frage stellen, beziehungsweise, ja, schreibt mich sonst wo an Discord, Facebook, könnt ihr auch machen. Mir völlig egal. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.